Servus, liebe Wander- und Buschkraftfreunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Sven ist heute da, mich besucht, von Amazonas. Ist mit dem Radl hergefahren. Wie lange hast du gebraucht? 2 Stunden. 2 Stunden. Klasse Sache. Was wir heute machen, ist ein bisschen abchillen, abhängen, abhumpeln, wie man es sehen will. Einfach die Zeit ein bisschen genießen, kennenlernen, ratschen, Spaß haben, Kaffee trinken. So, jetzt suchen wir uns einen schönen Platz, wo wir uns abhängen können. Schauen wir mal, da wollen wir schon was finden. So Sven, was sagst du zu dem Wald? Ja, Wahnsinn, wir haben einen Ausblick hier. Äh, Wahnsinn. So, ist es, Kannst du mal hier haben? So, ihr habt auch zu haben. So schön, wenn es so machen. So schön, ihr habt euch den Gelächter und hat euch noch nicht so schön. So schön, ihr habt euch das? So schön, ihr habt euch nicht. So schön, hier habt ihr den Stadt. Musik Das ist ein Ausblick Schaut richtig bequem aus, Sven Dann zeigst du mal kurz das Abspannsystem von der Hängematte Wir haben hier das Aufhängeset, das ist ein Dynema Material, ein M-Stil Das ist im Prinzip wie man es vielleicht früher von so einem alten Auto Abschleppgurt kennt Diesen Hohltau, wo du früher eben das Seil immer reinschieben musstest und auf Zugbelastung klemmt es fest Das ist im Prinzip genau dasselbe System hier, das läuft hier quasi innen durch Wenn du das entlastest, kannst du es verschieben, kannst du es kürzer oder eben länger machen Stufenlos verstellbar und auf Zugbelastung klemmt sich das dann einfach fest Mit dem M-Stil Material ist es auch so, dass du eigentlich fast keine Dehnung hast Also du hast jetzt nicht dieses permanente Nachjustieren Wenn du jetzt in die Hängematte gehst, die hängt dann nicht stärker durch Das stellst du einmal ein und gut ist Das ist eine schnelle einfache Geschichte Hier ist der Baumschutzgurt eben schon dran Leider ist er fix Das heißt, hier hast du eben auch wenig Zugbelastung auf dem Baum Und die Länge ist eigentlich für die meisten Anwendungen ausreichend Das wäre jetzt hier eben die Maximallänge Klar, es gibt immer mal wieder Situationen, wo die Bäume halt dicker sind Da macht es dann aber einfach Sinn, dass man sich hier nochmal eine Verlängerung mitnimmt Das war jetzt nicht raus, das hätte ich ein bisschen kennengelernt Das war jetzt nicht raus, das hätte ich ein bisschen kennengelernt Das war jetzt da aber auch so Das war ein Prost Das war ein Prost Prost liebe Zuseher Atze, Prost Sascha, Prost Genau, wir sitzen am Boden rum Genau, die Hängematten hinten und wir sitzen am Boden Ja, Requisite Also ich persönlich mag eh keine Hängematten Ganz total unbequem Genau Ja, ich finde es auch furchtbar Man weiß nur Werbezweck hier Ja Genau Eigentlich ist draußen eh blöd Draußen ist gar nicht schön Ja So gehen wir dann, oder? Weil ich wollte noch zur Massage Ja Heute Abend muss ich auch noch Film gucken Okay Von so einer Waldloku Ah genau, genau Dass man sich wieder ein bisschen so fühlen kann Ja Und dann angeben kann, dann geht raus und so weiter Ja 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 So Leider müssen wir wieder zurück Sven hat noch eine super Heimreise vor sich hier Ein bisschen Ja Zwei Stunden halt, ne? Ja Ähm Ja, war richtig cool mit der Hängematte Mal ausprobiert jetzt Sehr bequem Leicht Ja Top Geschichte Kann ich nur empfehlen jetzt gerade Joa Leider müssen wir jetzt wieder zurück Schön, dass ihr dabei wart Bis zum nächsten Mal Servus, ciao Servus, ciao Bis zum nächsten Mal